Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund. Meine Haut ist sehr empfindlich. Meine Haut ist sehr empfindlich. Worauf bist du allergisch? Worauf bist du allergisch? Worauf bist du allergisch? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, nicht mehr. Wer ist das? Bo Kim. Wer ist das? Bo Kim. Wer ist der Besitzer dieses Hundes? Wer ist der Besitzer dieses Hundes? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Du arbeitest zu viel. Du arbeitest zu viel. Du arbeitest zu viel. Du arbeitest zu viel. Woher weißt du das? 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 Woher weißt du den Abend hingegen? Wer ist dein Lieblingsschriftsteller? Wer ist dein Lieblingsschriftsteller? Wer ist dein Lieblingsschriftsteller? Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Bitte komm herein! Bitte komm herein! Bitte schließt die Tür! Bitte schließt die Tür! Bitte setz dich! Bitte setz dich! Beruhige dich! Beruhige dich! Beruhige dich! Beruhige dich! Sei bitte leise! Sei bitte leise! Erelte muss nicht schlägt eine Sache hin! Beruhige dich! Gerber, meinię! Beruhige dich! eee! Beruhige dich! Beruhige dich! Höre bitte zu! Höre bitte zu! Bitte mach nicht so viel Krach! Bitte mach nicht so viel Krach! Bitte mach nicht so viel Krach! Hör auf zu weinen! Hör auf zu weinen! Hör auf zu weinen! Hör auf zu weinen! Warum lachst du? Warum lachst du? Warum lachst du? Warte bitte ganz kurz auf mich! Ich bin gleich zurück! Warte bitte ganz kurz auf mich! Ich bin gleich zurück! Warte bitte ganz kurz auf mich! Ich bin gleich zurück! Lass uns zehn Minuten Pause machen! Lass uns zehn Minuten Pause machen! Ich bin gleich zurück! Ich bin gleich zurück! Ich bin gleich zurück!